Eine Jugendliche erhielt er nicht genügend in Mathematik. Bei der Wiederholungsprüfung rasselte sie durch. Nach einer Beschwerde bekam sie dann noch eine Chance und kassierte wieder einen Fleck und rief dann das Gericht an. Auch mit Schulnoten müssen sich Österreichs Richter auseinandersetzen, wie der Fall einer Schülerin aus Salzburg zeigt. Das Mädchen besuchte die Klasse 4c einer Pflichtschule im Bundesland. Doch wie sich zeigte, hatte sie es nicht so mit Zahlen und Formeln. Im Abschlusszeugnis des Schuljahres 2022-23 setzte es nämlich in Mathematik ein Nichtgenügend. Bei der Wiederholungsprüfung im September fiel die Schülerin dann erneut durch. Ergo, sie müsste die achte Schulstufe wiederholen. Die Anwendung der Aufstiegsklausel war nicht möglich, da sie im Schuljahr davor schon einen Fünfer in Mathe hatte. Doch nur zwei Tage nach der erfolglosen Prüfung reichte die Jugendliche Beschwerde bei der Bildungsdirektion ein. Mit der Begründung, dass die Prüfung nicht korrekt gewesen sei. Die Schulbehörde gab dem Mädchen daraufhin noch eine Chance, in Form einer kommissionellen Prüfung. Schriftlich schaffte sie gerade noch ein Genügend, mündlich setzte es aber ein mehr als deutliches Nichtgenügend. Dagegen legte die Schülerin wieder Beschwerde ein. Denn auch diese Prüfung sei mangelhaft gewesen. Sie behauptete unter anderem, dass ein Teil der Aufgaben gar nicht unterrichtet und die Prüfung unter großen Zeitdruck durchgeführt worden sei. Das Bundesverwaltungsgericht war am Zug, studierte alle Unterlagen und erkannte es so auch. Die Jugendliche war zur letzten Prüfung sogar 27 Minuten zu spät gekommen. Auch die anderen Argumente hielten nicht. Zusammenfassend erfolgte die Beurteilung zu Recht, hieß es im Entscheidungstext des Gerichtes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017